Trainingslager 2016 im türkischen Belek für uns an der Kamera unser Betreuer Lukas Reinecke und unsere Nummer 1. Jan Schönwälder also auch mit der Kamera dabei ein paar Bewegtbilder für uns von der Ankunft. Aber die gute Laune wurde auch gleich auf dem Trainingsplatz übertragen. Hier gab es die ersten Übungen direkt nach der Ankunft im türkischen Belek. Auch wenn im Training noch nicht jeder Schuss saß, so sah das Ganze im ersten Testspiel gegen Naft Tehran, den iranischen Erstligisten, schon ganz anders aus. Wir sehen die Tore in der Zusammenfassung. Hier der erste Treffer von Ruvend Hünthe. Dann anschließend zunächst der Ausgleich durch die Iraner. Der Ball hier also im Tor zum 1 zu 1. Und auch die Führung sollte dem iranischen Erstligisten gelingen. Wir sehen hier den Treffer zum 2 zu 1. Ein trockener Schuss ins linke untere Eck. Der SV Rödinghausen aber hatte eine Antwort parat. Und der Ausgleich sollte hier Sinisha Veselinovic gelingen. Weil zunächst in den Händen vom Torwart, aber doch zu stark dieser Schuss. Und so dann also der Ausgleich. Wenig später dann die Führung. Vorarbeit von Smarzoch und Veselinovic vollstrekt hier zur Führung. Weiter ausgebaut sollte die auch werden. Wir sehen hier zunächst auch wieder die Vorarbeit über die linke Seite und dann Veselinovic, der einschiebt. 4 zu 2 also am Ende im ersten Testspiel für den SV Rödinghausen. Und ein Elfmeter wurde auch noch pariert. Also auf beiden Seiten hier ein erfolgreicher Test für den SV auch wenn das Wetter teilweise etwas stürmisch war. Im türkischen Belek war die Laune weiterhin gut. In den weiteren Einheiten auf dem Trainingsplatz wurde hart gearbeitet, um sich optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Im zweiten Testspiel sollte für den SV Rödinghausen auch wieder ein echter Härtetest anstehen. Es ging gegen den ukrainischen Erstligisten und Europa League Finalisten aus der vergangenen Saison. Nipro, Nipropetrovsk. Die Ukrainer also hier im Duell mit dem SVR. Denen sollte allerdings hier der erste Treffer gelingen. In diesem Spiel der Ball zunächst abgeprallt und dann Jakubiak mit der 1 zu 0 Führung für Rödinghausen. Lange dauerte es bis die Antwort kam. Der Ukrainer, wir sehen hier den Ausgleichstreffer. Keine Chance für den Keeper im Tor des SV Rödinghausen. Aber dann doch Markus Smarzoch mit der Führung kurz vor dem Abpfiff. Und auch noch einer sollte oben drauf gelegt werden. Nach Einwurf sehen wir hier den dritten Treffer des SV Rödinghausen. Loheider wird dieser Treffer zugeschrieben. Am Ende also ein 3 zu 1 gegen den Europa League Finalisten aus der vergangenen Saison. Der SV Rödinghausen seit Samstag zurück in der Heimat und gerüstet für die kommenden Pflichtspielaufgaben.